hallo meine lieben hier mal ein kleines vorwort zur neuen folge der fehlerteufel hat wieder zugeschlagen irgendwie fehlt hier die hälfte der tonspur ich möchte die folge aber eigentlich nicht verwerfen weil das war das eine fortschritt folge ist weil das baut ja auch fortschritte auf und ich möchte euch das jetzt nicht vorenthalten deswegen auf ungefähr auf der hälfte versuche ich dann einfach noch mal nach zu sprechen und soviel dazu das geht natürlich auch für den zweiten teil ich habe es leider erst nach zwei teilen aufnehmen gemerkt aber der fehler steckt manchmal im detail aber jetzt viel spaß beim grenz posten simulator hallo und willkommen zurück zum grenz posten simulator so genächtigt haben wir haben jetzt den auftrag gekriegt die verknackten also unsere heftlinge unsere heftlinge zu überführen und die schmugglerware abzuliefern und sollen unterwegs noch in irgendeinem leiden umgucken aber das legen wir jetzt mal los so schmugglerware haben wir haben uns erstmal die tür vor den platz ne so krimineller schmuggler transfert das war einfach sehr gut so wir haben transferiert transferiert irgendwo da steht der bus hier findest du deine polizei oder sprich mit dem mechaniker um den gewähltes fahrzeug vorzubereiten oder zu reparieren wie du du mechaniker ok ich spreche ja alles klar dann ziehen wir mal los so wir haben einen schmuggler irgendwas wird auch noch ja ja das ist mein polizei auto lager prüfen darum muss ich das etwa ich muss das jetzt ins auto verfrachten echt jetzt ich bin bereit und wir fahren jetzt los wollte ich zwar gerade eben schon und jetzt muss ich die oh jetzt könnte ich mich gerade noch muten jetzt werden euch die uhren weggeflogen da ah el carto arbeitslager na ok wo bin ich denn hier also wir fahren jetzt hier die straße so schlumm 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 immer die straße längs kommen wir zum da ist die polizeistütze friedhof ähm ja wahrscheinlich müssen die ins arbeitslager also immer diese blub blub ok kriegen wir hin hoff ich so ja wir starten was haben wir denn hier noch seriener na dann auf gehts wichtiger fanglerkansport machen sie platz und die macht wirklich platz ist das geil oder ist das geil ja ja so hm 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 das klingt irgendwie fies oder? hm 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 unsinn ich habe keinen körper wie inventory wie kann ich die jetzt nehmen ach so sie auf kurz mal die axt auf kurz ja die vor die zeit freund und helfer sehr gut inventory also Ah, was soll das vorher anmachen? Lagerer, na dann lagern wir sie mal ein. Oh, mach ich mal auf. Ha, so ein Steinbruch. Huiuiui. Auf das Ding. Soll ich denn hin? Einfach hier so stehen bleiben? Okay. Okay. Hi. Hab da was. Äh, ich hab ein Führer nicht gefahren. Ja. Ach, ich krieg da auch kein Führer. Ja. Sehr Jay. Sehr Jay, okay. Kann ich mir den auf dem Turm auch plauschen eigentlich? Moin. Mhm. Oho. Machst du gut? Hehehe. So. Gut. Sieht man die irgendwo Steine kloppen hier? Oh, hier ist ne Kuckuck-Plattform. Hallo. Ich kann hier weiter gehen. Moment. Was ist das neun hier? Das Lager? Nein, das ist kein Ferienlager. Und das hier meine beiden. Ich kann hier mal rein. Hüffling. Aha. Ja, klopfen klopfen. Gut, gut. Gibt's hier noch irgendwas? Was irgendwie... L... Interessant wäre... Nein, nicht wirklich. Das ist ne Kiste. Diesel-R. ... 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